Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lego Star Wars. Hey, das ist General Greedwiss. Hallo. Was muss ich hier machen? Mach mal auf. Okay, ich brauche dafür... Gibt es den hier? Kann der das? Ey. Okay. Hat mir kann es. Alles klar. Okay, ja. Wir kommen zu Lego Star Wars. Wir gehen in... Wir sind in Episode 4. Kapitel 1. Geheime Pläne. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht mehr vorlese. Egal. Tut mir leid. Das ist ein großes Schiff. Das ist auch ein Raumschiff. Nein! Wir wurden getroffen! Das ist ein Darth Vader. Okay. Erstmal alles kaputt machen hier. Geld! Mehr Geld! Ah, das können wir einsetzen. Okay. Tausender! Okay. Weiter, 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 weiter. Geld! Muss haben, Geld. Gib es mir. Steinchen. So, das können wir da nicht zerstören. Dann brauchen wir da einen Raketenwerfer. Glaube ich. Äh, das... Ah, das können wir auch kaputt machen. Okay. Sorry. Wollte ich nicht. Haben wir hier nicht irgendwie... Ne, haben wir nicht. Schade. Okay. Perfekt. Oh. Das waren unsere Wachen. Dafür brauchen wir dunkle Macht. Die Macht der Pfiff. Ähm. Ist das da oben mal kaputt? Mensch, Padme. Och. Geht das nicht? Klar geht das. Wollte schon sagen, ey. Wir kriegen ein Hütchen auf, ey. Ich Padme. Leer. Komm. Mach kaputt. Mehr kaputt. Mehr! Okay, mehr nicht. Äh, hier noch was? Ja, hier auf der Seite. Boah, so wie zum Zerstören, ey. Heideke Kacke. Okay. Kaputt, 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 kaputt. Einfach alles kaputt machen. Einfach alles kaputt machen. Da brauchen wir C3-PO für. Okay. Was ist denn noch weh? Oh Mann. Wie viele Gegner kommen hier denn? Mensch. Da unten will ich hin. Aber da kommen wir nur mit einem kleinen Menschen hin. Das ist schade. Das ist sehr schade. Zack. Uh, Tausender. Und. Zack. Tausender. Hopp. Hopp. Okay. Da ist Darth Vader. Hä? Hä? Okay. Wir müssen irgendwie... Okay. Nice. Das runter. Das runter. Das runter. Das runter. Das runter. Komm. Mann. Okay. Das hätten wir. Ich bin gerade zu still, ne? Irgendwie. Tut mir leid. Ich weiß nicht. Ich bin gerade konzentriert. Einfach alles kaputt machen. Alles kaputt machen hier. Das Raumschiff braucht keiner mehr dann. Was ist hiermit? Kann man das kaputt machen? Ne. Ich glaube, dafür brauchen wir einen Jedi oder so. Schätze ich jetzt einfach mal. Okay. Hätten wir. Lohnkrieger. Haben wir. Okay. Geht noch irgendwas? Ja, das hier können wir alles kaputt machen. So. Irgendwas hier? Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir halt alles hier oben zerstören müssen. Um irgendwie ein Kit oder so. Ein Minikit zu bekommen. Wobei mir eins wird. Wir hatten auch gar keins, ne? Wir haben uns gesehen. Ja, aber da kamen wir nicht hin. Aber eingesammelt haben wir noch keins. Runtermachen. Fahrer Jedi haben wir bekommen. Wieso kann ich das hier nicht... Irgendeiner hier muss doch mal langsam hier... Hier so rüber rennen. Danke. Endlich. Aber das hat uns irgendwie nicht so wirklich was gebracht. Okay. Und hier hat uns das auch nichts gebracht. Wow. Warum hat uns das nichts gebracht? Hey. Okay. Und hier ist... Was ist hier? Irgendwie auch nichts. Wieso gehen denn unsere Wachen nicht weiter, hä? Die Tür ist doch offen, Leute. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie die Tür aufmachen oder so. Aber... Wie es aussieht nicht. Wie es aussieht, sind unsere Wachen nur zu doof. Um das selber zu machen. Hm. Egal. Ich muss eigentlich das ganze Geld gar nicht mehr sammeln, ne? Wir haben ja schon Wachen Jedi erhalten. Zack. Okay. Hier ist nichts mehr. Ja, 2 und 3, Pio. Hallo. Hallo. Hey. Ab jetzt ist das Spiel übrigens wieder blind. Einfach reingeschmissen. Ähm. Denn ja. Hier weiß ich nichts mehr. Ab hier weiß ich nichts mehr. Das ist das Ding. Ich habe ja nur Teil 1 bis 3, also Episode 1 bis 3 gespielt. Da war nur diese eine Episode bis zu dieser Stelle gerade. Ähm. Bei Episode 4. Ach so. Hä. Ist ja cool. Ist ja cool. Wop. Zack. Das ist cool. Das ist richtig cool. Das ist voll cool. Oh, warte. Was passiert hier? Hä? 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 Egal. Wie er springt, ey? Wie er springt. Ist ja geil. Das ist echt super geil. Hier noch hoch. Können wir schnell den Tausender hier snacken. Und darüber kommen wir nicht mehr. Wie bekommen wir dich? Ah, ich glaube, ich weiß nicht, wie ich ihn darüber bekomme. Bleib mal da, PC3PO. Bleib mal schön da. Genau. Hopp. Ey. Hopp. Nach ganz da hinten. Einmal bitte. Hier. Nice. Oh, ich vergesse immer, dass dieser Typ hier keinen Doppelsprung hat. Ich vergesse es immer. Okay. So. So, wir spielen hier. Rebellenfreund. Okay. Bam, bam, bam. Hoppa. Ausgewichen. Easy. Bam. Alles kaputt machen. Was ist denn mit euch hier? Was wollt ihr von uns? Ihr könnt uns nicht besiegen. Einfach diese Sprungjumps machen, ey. Hier hinten haben wir nichts mehr. Oh. Oh. Bam. Hallo. 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 Easy. War hier nicht gerade was? Ne. Wo kommt ihr denn her? Oh, wir können einfach rüberspringen. Ach so. Ach so, ja gut. Für R2 und so. Die können hier nicht rüberspringen. Die müssen da rüberfahren. Da kommen wir nicht rein. Können wir die Wache auch spielen? Ne, können wir nicht. Schade. Schade. Schade, 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 Schokolade. Zack. Das ist für... Das können wir noch nicht öffnen. Das ist für R2. Guck mal, wie cool das aussieht mit C3P. Wenn man einen Schaden kriegt, verliert er einen Arm oder ein Bein. Das ist ziemlich witzig. Hallo? Euer Ernst? Zack. Was auch immer ich jetzt gerade geöffnet habe? Beziehungsweise aktiviert habe? Ah, okay, das. Immer noch keine Medikids bekommen, fällt mir gerade so auf. Ha. Tipp, 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 tipp. Nein. Ich will ihn hier spielen. Danke. R2. Brauch dich doch. Geh weg. Du stehst da so ein bisschen im Weg. Mensch. Zack. So. Haben wir das Level jetzt komplett... Platt. Ja. Ich glaube, das war das Level. Okay. Ähm. Nein. Er hat's wohl. So, Prinzessin Leia. Captain Antilles. 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 Keine Ahnung. Und ein Rebellenfreund. Waren hier, die haben wir. 36 Steine. Story fortsetzen. Einfach die Story fortsetzen. Ich rede so wenig heute, ne? Ich weiß nicht, ich konzentriere mich bei Star Wars irgendwie immer so mega. Ich weiß noch nicht warum. Wer ist das? Soll das Loop sein? Soll das Loop sein? Das ist Obi-Wan auf jeden Fall. Okay, Moment. Ben Kenobi, genau. Ach ne, Ben Kenobi. Luke. Ja, das ist Luke. Ach, ist Ben nicht auch irgendwie Obi-Wan oder so? Ich hab keine Ahnung. Ach, egal. Okay. Wie gesagt. Aber jetzt ist das Spiel Blind. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Wo ich was machen muss. Wo die... Wo was ist. Ich hab null Ahnung. Ich wusste bei den anderen Level auch nicht überall. Okay, ich weiß schon, wie ich das mach. Einfach so. Nice. Ich komm oben rauf. Ha. Ah. Okay, kann ich das irgendwie... Ja, ich kann den Zaun zerstören. Aber ich nehm keins von den Tieren mit. Das wäre, glaube ich, zu nervig, weil die so langsam sind. Hier hinten noch irgendwas? Nö. Okay, Moment. Zack. Zack. Ey. Komm schon. Du sollst nur abwehren. Danke. Okay, so. Da kommen wir nicht rüber. Wir müssen den Weg hier gehen. Alles klar. Da brauchen wir die Macht des Sith. Ich spiel mal mit Luke weiter. Okay. Bam. Muss ich was? Okay. Luke kann auf jeden Fall einen Doppelsprung machen. Aber es sieht irgendwie witzig aus. Okay, das muss... Zack. 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 Einfach zu stören. Bam. 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 Oh, so viele nervige Gegner. Hä? Äh. Okay, es gibt mir ein Power-Up. Das nehme ich gerne. Ich ignoriere die Gegner jetzt erstmal. Zack. 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 Ey. Okay. Und okay. Wie komme ich da oben drauf? Mann. Geh weg. Okay, so kommen wir da hin. Ich hasse es, wenn immer wieder ein neuer Nachschub von Gegnern kommt. Und man nicht mal irgendwie hier ein bisschen was machen kann. Das ist übel nervig. Das ist übel nervig. Übel, übel nervig. So. So. Geld. Wow. Und wie komme ich jetzt an das Minikit da oben ran? Ich glaube, einen Doppelsprungtypen brauche ich dafür, ne? Ja. Einen, der höher springen kann, meine ich. Huh. Tausender. Nice. Okay, wo sind wir jetzt? Irgendwas hier zu entdecken. Ein Tausender. Ja, ist okay. Ah, ist okay. Ich bin, da ist okay. Ah, ist das einineshundert. Oh, 사람�runruRaες.